Leute, was mache ich hier eigentlich? Moment, 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 ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Das ist Folge 1 vom Carlo-Podcast, die erste offizielle Folge, na klar, wie sagt man, 1, 1 ist richtig. Letztes Mal war Folge 0, Folge 0, Folge 0, letztes Mal war Pilot, 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 Pilot. Ich bin alte Schule, alte Schule, bei mir ist es noch eine Pilotfolge. Und heute sind wir schon bei Folge 1. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist also wirklich nur noch Wahnsinn, was hier abgeht im Carlo-Studio. Es ist wirklich wild, es ist wirklich wild. Und ihr habt natürlich alle den Piloten Folge 0 gehört. Es war natürlich der lächerlichste Podcast-Pilot aller Zeiten und aller, die noch kommen. Ich meine, da muss man wirklich sagen, also ich meine, wie lange war das Ding? 7 Minuten 30, hallo, hallo? Ich dachte, normalerweise hört man, da breitet man aus und dann macht man diese ganz große Kurve. Fährt man, naja, nicht mit dem Carlo, es war kurz und bündig. Und ich, entschuldige mal, über was für ein Zeug, über was für ein Zeug habe ich da gelabert? Diese ganze Ofenkäse-Story. Ich meine, wenn man kein, also, naja, komm, es ist. Und eine Sache, eine Sache ganz, ganz wichtig, das muss ich auch für mich nochmal, also, das ist folgendermaßen. Irgendwie habe ich, nachdem ich dann diese erste Folge eingesprochen hatte und das Ganze geschnitten hatte, mir nochmal angehört hatte und so, dann hochgeladen, veröffentlicht, da ist mir erst klar geworden, was dieses Solo-Podcast-Ding eigentlich überhaupt ist. Es ist natürlich irgendwie so ein Spiel mit sich selbst. Man treibt so ein Spielchen mit sich selbst. Heute zum Beispiel einfach überhaupt nochmal jetzt hier zu sagen, pass auf, der Pilot vom Carlo-Podcast, das war ja wohl nix. Das ist irgendwie so ein Spielchen mit sich selbst. Ich habe mir das vorhin nochmal angehört. Ich habe mir sogar was aufgeschrieben. Ich habe mir sogar was aufgeschrieben, damit es heute nicht bei 7 Minuten 30 bleibt. Ich hatte gesagt, hier, wer ist Plücke, der hat mich hier reingezwungen. Ja, es ist ja folgendermaßen. Er hat mich jetzt also nicht in den Podcast reingenötigt, aber, weil ich natürlich meines Zeichens fantastische Sprachnachrichten verschicke, nicht an die Welt, sondern an unseren Plücke, hat er irgendwann gesagt, Carlo, du müsstest die Sprachnachrichten, die müsstest du einfach mal wie so ein Podcast, die müsstest du einfach, die müsstest du als Podcast irgendwie veröffentlichen. Und dann war ich natürlich unter Druck und dann habe ich angefangen, mir so ein kleines Visual zu gestalten und so weiter und so fort. Und dann muss das jetzt auch mal passieren. Also, jetzt haben wir auch noch einen Podcast am Start. Na gut, dann ist das halt so, wie es ist. Und ich eigentlich, ich mache es ja nur für dich, Plücke. Das ist ja die Sache. Ich mache es ja, ich mache es ja nur für dich, aber irgendwie auch für alle. Es ist, also wisst ihr Bescheid. Kann ja jeder mithören, kann ja jeder mithören. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wer ist überhaupt dieser Plücke? Auch das ist so eine Sache. Das muss ich ja auch erstmal mal bei mir rein ins Erbsen hier. Das ist ja folgende Sache. Wer ist Carlo? Was macht Carlo? Was macht überhaupt dieser Plücke und hin und her? Es kann ja keiner wissen. Das kann ja keiner wissen. Das ist jetzt ja hier nicht irgendwie noch das dritte Bein vom Stream oder so, sondern nein. Das ist ja eigentlich eine vollkommen neue Journey, will ich mal sagen. Turns out, niemand kennt Plücke. Niemand kennt Carlo folgendes, also Plücke, mein Lebensmensch, mein Lieblingsstreamer und so mein, wie sagt man hier, Partner in Crime. Das ist nämlich Plücke. Plücke streamt schön auf Twitch, Plücke macht YouTube, Plücke macht selber einen Podcast. Habe ich euch auch, wenn ihr auf die Website von Carlo, der Podcast geht, ist der Plücke irgendwo auch verlinkt und so. Es ist ja, ich habe natürlich an alles gedacht. Das ist unser Plücke, habe ich unser Plücke gesagt. Es ist natürlich mein Plücke, gehört nur mir. So sieht es nämlich aus. Und ich habe ihn eigentlich auf Twitch drauf gequatscht. Der macht das natürlich alles viel besser. Es ist wirklich unser Plücke. Das ist ein Nexus von technischer Exzellenz, Ideen und ich möchte mal sagen Baiser, Baiser Snacks. Aber das findet irgendwie nie im Stream statt. Kein Mensch weiß warum. Leute, guckt gerne rein. Und ja, also ich habe angefangen, März 2020 war das, auf Twitch zu streamen. Nur deshalb konnte ich unseren Plücke ja dann auch da drauf quatschen. Eine Call-in-Show habe ich gemacht. Dann gucke ich mir YouTube-Videos an. Lächerliches Gaming ist auch manchmal dabei. Und die Reise geht weiter. Die Streams mit dem Plücke zusammen sowieso. Leute, guckt rein. Habe ich schon gesagt, dass in der Podcast-Pilot-Folge, dass da diese Ofenkäse-Story ja wohl komplett lächerlich war? Mein Gott. Ich will es nur noch mal gesagt haben. Ja, ich habe einen Ofen. Frau Kahlo und ich haben Ofenkäse gegessen. Meine Güte. Aber durch dieses ganze Ofenkäse-Ding. Alle lieben Ofenkäse. Der Pilot ist richtig durch die Decke gegangen. Also wenn ich da meine Statistik angucke bei Buzzsprout. Wirklich. Die mussten einen neuen Server aufstellen. Klare Sache. Ja, Buzzsprout. Vollkommen richtig. Ich verteile meinen Podcast über Buzzsprout und nicht über Buzzfeed. Ich weiß gar nicht mehr, was. Ich habe mir ja letztes Mal versprochen. Ich weiß überhaupt nicht. Was ist Buzzfeed? Was war das nochmal? War das sowas wie Reddit? Keine Ahnung. Nein, ich verteile das Zeug über Buzzsprout. Und das nimmt einem, glaube ich, auch so ein bisschen Arbeit ab mit iTunes und so weiter und so fort. Oder Apple Pods. Apple Airpods. Nee, was? Apple Podcasts oder wie es jetzt heißt. Das war wieder sowas, was ich ja liebe. Das liebe ich. Habe ich mich da durchgefriemelt. Mich da überall angemeldet. Und ach komm, dann macht wieder irgendwie diese Apple, wie heißt das Ding? Wie heißt das nochmal? Dieses Apple. Ja, wenn man streamt auf Twitch, dann weiß es immer jemand. Dieses Apple, wie heißt das? Diese Apple Master Domain. Wie heißt das nochmal? Apple Account. Und dann hat der wieder Probleme gemacht. Mein Gott. Ja, also wie gesagt. Also das ist mir erst eigentlich nach der Pilotfolge aufgegangen. Man spielt irgendwie so ein Game. Man spielt so ein Spielchen irgendwie mit sich selbst. Und ich merke auch heute. Ihr hört es vielleicht nicht raus, aber ich merke es. Man ist irgendwie weit weniger flatterig schon. Das ist also, was ich auf Twitch nicht habe, eine Lernkurve. Ich glaube, beim Podcast wird das eine ganz andere Nummer. Ich glaube, dieser Podcast, ich glaube, das ist jetzt so, das ist jetzt so wirklich so mein Ding. Jetzt nehme ich ganz große Fahrt auf und so. Ich glaube nämlich, hier habe ich so eine richtige Lernkurve am Start. Das sage ich euch natürlich, das sage ich euch natürlich, wie es ist. Ich merke das schon. Man ist viel ruhiger, man ist viel entspannter. Ich gucke hier so durch die Gegend und so. Das ist also wirklich Wahnsinn. Ich habe mir eben, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, ich war eben in der Stadt. Ich habe ein Paket zur Post gebracht. Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Nee, viel spannender ist, dass ich mir ein schönes Mandelhörnchen reingedrückt habe. Gerade vom Podcast, das mag hier der Sache auch irgendwie zuträglich sein, habe mir einen schönen Kaffee gemacht und mir ein schönes Mandelhörnchen reingedrückt. Da sagt ihr natürlich, Carlo, warum kein Mohn? Weil ich gestern Mohnkuchen hatte. So sieht es nämlich aus. Und habe ich mir ein schönes Mandelhörnchen reingedrückt. Jetzt muss ich euch aber zwei Sachen erzählen. Also erstens, das ist wirklich der absolut fantastischste, beste, freundlichste Bäckereiverkäufer, den ihr euch vorstellen könnt, mit einem wunderbaren Akzent. Aber der könnte mir auch diesen ganzen Laden irgendwie verkaufen. Der könnte mir eine große Tasche aufstellen, diesen ganzen Laden da rein quetschen. Ich würde das alles mitnehmen. Und bei dem habe ich heute dieses Mandelhörnchen gekauft. Und es war irgendwie ein ganz komisches Mandelhörnchen. Also entweder, irgendwer hat da schon diese leckeren Schokoladenenden weggeknabbert gehabt in der Nacht. Oder, keine Ahnung, die sollten so sein. Da waren keine leckeren Schokoladenenden dran. Wo ich natürlich auch so denke, hallo, hallo. Und dafür irgendwie schon wieder 2,45 Euro. Naja, wir leben in neuen Zeiten. Da kostet es Mandelhörnchen auch mal 5 harte Mark. So. Jetzt interessiert euch natürlich, also vielleicht esse ich immer ein Mandelhörnchen jetzt vorher. Kann ja vielleicht sein, ne? Vom Podcast. Dann interessiert euch wahrscheinlich, Carlo, was macht Threads? Das ist vollkommen richtig. Ich bin jetzt auf Threads. Ich liefere und liefere und liefere. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Niemand interessiert sich dafür. Niemand antwortet. Niemand liked. Ist mir aber egal. Ich habe sogar einen Weg gefunden, jetzt mir mal Ideen aufzuschreiben für die Threads, für den Podcast. Gut, da ist jetzt vielleicht heute noch nicht so viel von drin. Das ist alles wieder ein bisschen selbstreferentiell gewesen. Auf die Pilotfolge hin und so. Aber wir fangen ja auch gerade erst an. Jedenfalls habe ich aber für Threads schon einen Weg gefunden, einfach nur, weil ich so ein paar Apps verschiebe auf dem iPhone, habe ich einen Weg gefunden, mir dann immer auch mal so ein paar Ideen für Threads zu notieren. Und das solltet ihr auch machen. Kommt bitte alle auf Threads. Ich werde eure Postings nicht lesen. Ihr müsst aber bitte meine Threads und meine Beiträge. Oh, da kommt mir das Mandelhörnchen hoch. Ihr müsst bitte meine Threads und meine Mandelhörnchen liken. Mein Gott, meine Mandelhörnchen, niemand geht an meine Mandelhörnchen. Ihr müsst bitte meine Threads liken. Das ist jetzt eigentlich so meine Idee. Vielleicht ist das auch eigentlich der einzige Grund, warum ich den Podcast überhaupt angefangen habe. Ich suche Follower auf Threads. Liked meine Beiträge auf Threads, denn sie sind sehr, sehr gut. Das ist nämlich das. Ansonsten fragt ihr euch vielleicht, Carlo, was hast du denn gemacht, bevor du heute in die Stadt gerannt bist? Homeoffice. Homeoffice. Ich habe mich im Homeoffice zu Tode gelangweilt. Und das Homeoffice, die Arbeit im Homeoffice, raubt mir wirklich meine letzte Lebensenergie an manchen Tagen. Das ist auch nicht immer so, aber an manchen Tagen. Und oft denkt man so, ah ja, heute Abend, da machst du nochmal einen Stream, heute Abend, da machst du einen Podcast, heute Abend machst du dies und das. Aber es rockt dich über den Tag so runter, dass du einfach danach auch gar nicht richtig sagen kannst, komm, jetzt schließe ich hier den Laden ab. und gehe in diese andere Welt rein, in die Podcast, Threads, Twitch, YouTube-Welt, sondern es ist wirklich schwierig, weil man ja dieses Arbeits-Ich dann irgendwie noch mitnimmt und das dann abzuschütteln. Und manchmal muss man dann einfach kurz in die Stadt latschen und sich ein schönes Mandelhörnchen holen. Vielleicht ist es ja das. Vielleicht ist es ja das. Vielleicht habe ich jetzt ja den Schlüssel gefunden. Kann natürlich sein. Leute, das war es schon wieder für heute. Ich weiß nicht, wie oft ich es schaffe, die Podcasts hochzuladen, aber ich melde mich auf jeden Fall ganz bald wieder. Ich überlege so ein bisschen, montags, dienstags immer so Podcast-Tag, mittwochs immer ab ungefähr 16, 17 Uhr streamen mit Plückebaum zusammen auf Twitch. Dann freitags noch ein Stream und irgendwie dann so, was noch dazukommt, muss man dann mal sehen. Aber das ist jetzt so die grobe Überlegung. Ich muss mir da immer so ein bisschen, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich muss auch immer so ein bisschen in the mood sein. Das ist nämlich das. Ich bin nämlich so ein Gemütsmensch. Ich bin eine Herzensmensch vielleicht auch. Und ich muss immer so ein bisschen in the mood sein, das dann so ganz fest nach Plan, irgendwelche Sachen abzuarbeiten und so, da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Heute hatte ich Bock drauf. Heute hatte ich Bock auf euch. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf meinen Threads. Wenn ich da jetzt nicht gleich ein paar Likes sehe, wenn ich das hier hochgeladen habe, dann kriege ich einen Knall. Ich habe noch knüller Ideen, werdet ihr alle noch sehen. Folgt mir am besten jetzt schon rein, später folgt ihr mir eh. So, Leute. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Carlo-Podcast-Großmachen. Und wir hören uns bald wieder. Trotzdem frage ich mich nach wie vor, was mache ich eigentlich hier? Was mache ich eigentlich hier? Aber ich sage euch eins. Ich mache einen Podcast. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.